Sehnsucht Es schienen so goldene Sterne, Am Fenster ich einsam stand Und hörte aus weiter Ferne Ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrännte, Da hab ich mir heimlich gedacht. Ach, wer da mitreisen könnte In der prächtigen Sommernacht. Zwei junge Gesellen gingen Vorüber am Bergeshang, Ich hörte im Wandern sie singen Die stille Gegend entlang, Von schwindelnden Felsen schlüften, Wo die Wälder rauschen, so sacht, Von Quellen, die von den Klüften sich stürzen In die Waldesnacht. Sie sangen von Marmorbildern, Von Gärten, die überm Gestein In dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein, Wo die Mädchen am Fenster lauschen, Wann der lauten Klang erwacht, Und die Brunnen verschlafen rauschen In der prächtigen Sommernacht. Viele Gedichte Eichendorfs beanspruchen keine Allgemeingültigkeit, Sondern sind Lieder, die Personen seiner Romane und Novellen Immer passen zur Situation, in der sie sich gerade befinden, Zur Hand haben und spontan singen. Hier ist es eine Fiametta, aus dem Roman Dichter und ihre Gesellen, Die ihrer Sehnsucht zurück nach Italien Ausdruck verleiht. Es schienen so golden die Sterne, Am Fenster ich einsam stand Und hörte aus weiter Ferne Ein Posthorn im stillen Land. Das Posthorn gehört zur Postkutsche, In der Reisende sitzen, Das weckt Fernweh. Das Herz mir im Leib entbrennte, Da hab ich mir heimlich gedacht, Ach, wer da mitreisen könnte In der prächtigen Sommernacht. Der Sprecher ist offenbar an den Ort gebunden, Er ist nur Zeuge, wie andere Menschen in die Ferne, Wenn nicht überhaupt erst so richtig ins Leben aufbrechen. Zwei junge Gesellen gingen vorüber am Bergeshang, Ich hörte im Wandern sie singen Die stille Gegend entlang. Das ist genau die Situation aus »Die zwei Gesellen«, Einem anderen Gedicht Eichendorfs. Auch dort wird ein Sprecher Zeuge, Wie zwei Gesellen ins Leben aufbrechen, Und wem sie vorüber gingen, Dem lachten Sinn und Herz. Aber unsere zwei Gesellen singen auch selbst, Nämlich »Von schwindelnden Felsen schlüften, Wo die Wälder rauschen«, so sagt, »Von Quellen, Die von den Klüften sich stürzen in die Waldesnacht.« Natur mit all ihren Ambivalenzen, Gefährliche Felsen schlüfte, Von denen man stürzen könnte, Und sei es in sacht rauschenden Wäldern. Und Quellen, erfrischend wie sie sind, Sie stürzen tatsächlich in die Waldesnacht. Und so einen Sturz kann auch den treffen, der sich ins Leben wagt. Das genannte Gedicht »Die zwei Gesellen« weiß davon zu berichten. »Diese Natur ist aber, wie auch in Goethes kennst du das Land, Wo die Zitronen blühen, ein Hinweis auf die Alpen, Die es auf dem Weg zum Sehnsuchtsort Italien zu überwinden gilt.« »Sie sangen von Marmorbildern, von Gärten, Die überm Gestein in dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein.« »Italien, Italien, Italien!« Aber das Marmorbild ist auch ambivalent. In der gleichnamigen Novelle von Eichendorfer Wandelt sich ein solches in eine gemeingefährliche Venus, Die den Helden von seiner reinherzigen Geliebten Weg ins Verderben ziehen will. Und das Verwildern der Gärten Verweist auf etwas Untergegangenes oder auch Ungebändigtes. »Wo die Mädchen am Fenster lauschen, wann der lauten Klang erwacht!« Wann heißt ihr einfach »wenn«, In vielen Sprachen und auch in oberdeutschen Dialekten wird zwischen »wann« und »wenn« nicht unterschieden. »Und die Brunnen verschlafen rauschen in der prächtigen Sommernacht.« Hier überlässt sich Eichendorf einfach wieder seinen Lieblingslauten und Lieblingswirtern. Die Brunnen rauschen vor allem deswegen verschlafen, damit man noch einen herrlichen Rauschelaut mehr hat. Entsprechend prächtig gelingt Eichendorf die italienische Sommernacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.